Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Total War Warhammer 2, Folge Nummer 11, quasi die zweite Staffel, wenn man so will. Wir sind wieder mit den Echsenmenschen in Lustria unterwegs und wir rekapitulieren und fassen kurz zusammen. In Hexwattle, dem Monolith der gefallenen Göttern, Cortex, Damm und das gefallene Tor passiert gerade nicht viel. Hier haben wir immer noch die Söldner an Porto, Muerto und den Sumpfhafen, das Monument des Mondes, der Hohe Wächter, die schwebende Pyramide sind hier so als Grenzlinie eingenommen in Richtung der blauen Vipern. Hier auf der Seite habe ich Pahuax, den Marco-Gipfel, das Monument der Sonne und den Schrein des Sotek übernommen. Da ist alles ganz ruhig. Lord Mazdamundi bewegt sich gerade mit einer großen Annee in Richtung des Spiegelteich des Tepok. Da nämlich dieser von Dru-Kari, nein Quatsch, Dru-Ki, so heißen die hier, von den Dru-Ki angegriffen wird und ich dann wahrscheinlich auch hier oben meinen Feldzug etwas intensivieren muss. Des Weiteren versuche ich natürlich hier unten auf der Seite weiter Truppen auszuheben, damit hier Ekchi, ein Horn, Nacken, Truppen in Richtung der blauen Vipern entsenden kann. Und ich will vorschlagen, wir machen direkt mal weiter damit, dass der Gegner ran darf und wenn ihr diese Staffel noch nicht kennt, also das Let's Player noch nicht kennt, dann könnt ihr auch gerne mal in die vorangegangene Staffel gucken, wo ich von Folge 1 diese Kampagne langsam aufziehe. Es ist natürlich ein etwas langsameres Let's Play, da Total War nicht so das actionintensivste Spiel ist und es geht um den Aufbau, um die Gedanken dahinter und natürlich auch um so Sachen wie zum Beispiel Fluff-Fragen. Ihr habt in der Kommentarsektion immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen bezüglich gewissen Hintergrundpunkten, die ich vielleicht mal während des Let's Plays auch angehen soll. Hier zum Beispiel haben wir gerade die Echsenmenschen, wo man natürlich auch einige Dinge bequatschen könnte. Und da seid ihr herzlich eingeladen, da auch was zu sagen. So, wie lange hält das noch durch? Das da unten sagt mir nichts. Dazu kommt, dass ich mit einigen Mechaniken des Total War Warhammer 2 noch nicht so vertraut bin. Also ich kenne Total War von damals, kenne aber einige Mechaniken, die wir hier haben, nicht ganz so gut. Deshalb ist es auch immer spannend für mich, das Ganze zu scouten und herauszufinden, wie einige Dinge auch funktionieren. So, Frequazar hat Saurus-Krieger mit Speeren und eine Skink-Kohorte mit Wurfspeeren und sollte auf jeden Fall noch ein bisschen weitere Truppen dazu rekrutieren. Und dann nochmal mit Wurfspeeren, um eine Garnisonsstreitmacht zu verstärken. Und das sehe ich gerade, ich kann sogar vier Plätze rekrutieren. Dann machen wir nochmal einmal den Wurfspeeren. So, Lord Master Mundi ist auf dem Marsch. Dazu kommt auch, dass er gerade keine großen Slots mehr hat für Einheiten. Und hier vorne haben wir dann den Egg-Chi oder Egg-Chi. Der hat alle seine Rekrutierungsoptionen aufgebraucht aktuell. Da müsste ich warten, bis diese Auskrieger rekrutiert sind. Ich kann Siedlungsverbesserungen starten. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, die schwebende Pyramide mit einem heiligen Ziggurat auszurüsten, da dieses nämlich mehr Garnison freischaltet und natürlich auch Einkommen, O-Alte-Dafeln und so weiter alles davon profitiert. Also, zack. Ich möchte noch kein Mahlstrom-Ritual starten. Das habe ich in der, sagen wir mal, letzten Staffel auch schon gesagt. Ich versuche... Ah, guck mal, die müssen sich auch noch bewegen. Ich habe ganz vergessen, dass ich da noch welche habe. Ja, nee, das kann man sich schlagen. Also, die Rituale führe ich noch nicht durch. Ich versuche, eine sehr starke Macht zu werden. Vielleicht schon mal auch in Richtung Norden die Druchy ein wenig zu bedrängen. Und dann hinterher am Ende die Rituale relativ schnell hintereinander wegzumachen, um dann den Sieg zu erlangen. Deshalb bitte nicht irgendwie sofort panisch werden, weil ich die Rituale nicht starte. Die blauen Fiebern wollen was von mir. Kein War mehr, aber wir kommen wieder. Die wollen Friedensabkommen für 100. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte die blauen Fiebern nämlich auslöschen, letztendlich. Und da kommt mir ein Friedensabkommen nicht so gut. Gut, die Druchy plündern weiter. Ich habe eine Technologie erforscht. Ich bewege mich jetzt mal hier mit Katzpilar zum nächsten Gegenstand. Das ist hier eine geheimnisvolle Insel. Weil Katzpilar kann er natürlich auch dann gegebenenfalls im Spiegelteich des Tepok mit unterstützen. Wenn er nämlich jetzt hier in die Richtung zu diesen Überresten einer Schlacht sich bewegt, dann ist er auch schon fast da. Und kann auf jeden Fall auch gegen die Druchy unterstützen. Lord Master Mundi begibt sich weiter da hinten hin. Um dann gleich die Belagerung aufzulösen, zu brechen. Ich habe Forschung verfügbar. Das hatte ich zuletzt gemacht. Den Rang der Rokrotierungen für Skinks verbessert. Jetzt könnte ich das Ganze nochmal für Saurus machen. Viel mehr habe ich auch nicht möglich. Außer dass hier unten. Für den Rest fehlen mir noch ein Blutspiegel oder eine Bestienhöhle. Also Sequenz der Saurus Brut. Um direkt Veteranen Saurus zu bekommen. Eine Siedlungsverbesserung in der Landenge von Mystria. Ich kann in Hexu-Attel endlich die Tempelstadt auf eine Trimpelzitadelle erhöhen. Das gibt mir noch viel mehr Garnison. Das gibt mir alles mehr. Und ich werde es einfach mal tun. Des Weiteren kann ich hier auch noch die schwebenden Gärten aufrüsten. Was mir mehr öffentliche Ordnung gibt. In dem Gebiet kann ich gerade nichts machen. Malstrom möchte ich nicht. Und Ekshi, der, der die für die blauen Vipern hinterher zuständig sein wird, könnte ja noch ein bisschen was rekrutieren. Wir nehmen nochmal Skink-Kohorte mit Wurfspeeren. Nein, geben wir nicht. Weiter mal stoppen. Nein, ich will nicht in den Eintrag. Ich nehme Terradon-Reiter. Kleine Terror-Einheit schon mal mit. Und dann war das schon mal die Runde. Das geht ja hier relativ schnell, Schlag auf Schlag. Wenn ich nicht so viele Armeen zu bewegen habe. Und ich freue mich schon, wenn ich dann auch mit den Druki vorlieb nehmen kann. Weil das ist dann nämlich auch wahrscheinlich die Zeit, wo ich selbst große Echsen ausbilden kann. Zur Zeit bin ich dabei, dass ich alle Varianten von Sauros habe, von Skinks. Terradon-Reiter, berückene Sauros-Konikern. Aber so Sachen wie Bastilladon, Karnosauria, Troglodon, alle das kann ich noch nicht machen. Und da freue ich mich schon, wenn das dann so weit ist. So. Katpila. Könnte sich erst hier hinbewegen, zum Schiffswrack oder nach da. Ich glaube, ich gehe erstmal hier in diese Richtung, dieses Schiffswracks. Frequazal. Braucht noch ein bisschen mehr Läutchen dabei. Und zwar Kampf-Echsen-Reiter mit Speeren oder Terradon. Zweimal Terradon ist, glaube ich, als Garnison gar nicht so schlecht, weil die rausfliegen können. Und ich sehe hier gerade Fähigkeitspunkte. Frequazal hat auch Fähigkeitspunkte bekommen. Und er könnte auf einem Kano-Saurier reiten. Ach, äh, auf einer Kampf-Echse reiten. Später auf einem Kano. Auch auf Vergrößerung. Führerschaftseffekt für Charaktere. Oder hier unten die... Punkte, die er eigentlich haben sollte als Garnisonsanführer. Unverdorbenheit. Rekrutierungskosten. Okay. Erfolgschance für Hinterhalt. Waffenstärke. Rekrutierungskosten. Ja, ich glaube... Hier. Die Unverdorbenheit wird verstärkt. Und ich muss mich entschuldigen. Es ist sehr früh bei mir. Ich bin noch recht müde. Aber ich dachte, ich muss mal eine Folge aufnehmen. Der schreiende Sotek kann verwässert werden zu einem heiligen Ziggurat. Machen wir das doch einfach mal. Und als nächstes ergibt sich Lord Master Mundi weiter in Richtung der Stadt hier. Hm. Greift da an? Oder nicht? Oh, es steht in der Stärke da oben. Ich bin ungefähr gleich stark. Ich bin ungefähr gleich stark. Kann ich lo... Ne. Globale Rekrutierung nur bei Lagerstellung. Nehmen wir mal Stellung Astronomie. Bevor ich dann gleich hier angreife. Ja. Aber da warte ich nur eine Runde. Vielleicht verzieht sich der Kult ja jetzt. Weil ich halt in der Nähe bin und die ein bisschen Panik bekomme. Das heißt, ich warte noch eine Runde. Und dann in Runde 79 von diesem Spiel insgesamt werde ich mich dann da mal anschicken, die Drochi zu vertreiben. Hier unten ist gerade irgendwas passiert. Da habe ich natürlich wieder nicht richtig aufgepasst. Aber auch nicht so schlimm. Okay, da wird weiter geplündert. So. Ein Katpila übernimmt das hier. Ui. Hier, dann machen wir das doch mal. Da habe ich dann ein paar Truppen verloren. Durch das Riff, wenn das die gefahren sind. Um diesen Schatz zu sammeln. So. Passive Fähigkeit. Kriegerfluch. Sehr schön. Und eine Fähigkeit noch wahrscheinlich für ihn genau. Dann nehmen wir mal eiserne Disziplin. Weil Katpila soll ja eigentlich auch hier irgendwo als sozusagen Garnisonsmeister stehen. Wer kann noch? Nochmal Katpila. Okay. Der Kommandant hat mich nicht bewegt. Weiß ich mal. Strom weiß ich auch. Siedlungsverbesserung im Spiegelteich des Tepauk. Da will ich aber noch nichts machen. Weil ich nicht weiß, ob ich die wirklich halten kann. Deshalb gehe ich mal lieber hier unten hin. In den Dschungel von Paru Alaks. Hund werde dort. Wir haben eine Verteidigung. Wir haben eine Verteidigung. Da haben wir schon Verteidigung. Hm. Was mache ich denn hier? Fortgeschrittenes Militär. Schreien der Alpen. Skinkpriester. Oder aber hier die Bestienhöhlen. Dann kann ich hier in der Gegend auch Bastiladons hinterher erzeugen. Und hier haben wir auch Skinkpriester. Einmal das. Hier haben wir dann die Möglichkeit noch eine unterirdische Lagune. Weil dann kann ich hier regional auch Saurus-Krieger ausbilden. Und eine Fleischerhalle für mehr Kohle. Gut. Und jetzt geht es daran. Hier oben. Mit Lord Master Mundi. Um die Belagerung zu brechen. Attacke. Dieser Angriff ist ein Kriegsakt. Möchte die fortfahren? Natürlich. Kriegserklärung gegen den Kult der Sinnesfreuden. Okay. Gut. Die will gar nicht kämpfen, oder wie? Ist ja lustig. Aber ich will eigentlich kämpfen. Ah, ich bin so hin und her gerissen. Lass ich sie laufen? Oder nicht? Weil das ist Morathi. Morathi ist ungefähr so wie Lord Master Mundi. Ich bin so unentschlossen. Ich bin so unentschlossen. Greife ich an oder nicht? Habe ich hier einen Würfel? Kein Würfel hier. Schade. Na komm. Ich mach's. Noch nicht. Ich schlage hier ein Lager auf mit denen. Und dann gucke ich mal, was Morathi danach macht. Und es könnte ja auch sein, dass sie einfach wieder sich verpisst. Das ist dann ja auch okay. Also. Und 80. Wird eingeläutet. Taglist ist das hier unten gewesen. Achso. Die Hochelfen kloppen sich hier gegen die. Gegen die blauen Viehparen. Interessant. Morathi verdrückt sich. Haha. Und so. Aber ich habe gesagt, in der ersten Staffel, ich möchte gerne pro Folge einen Kampf haben. Sei er noch so klein. Und den will ich euch dann natürlich auch liefern. Wenn ich gleich das Schiff hier nah an sie ran fahre und dann hier mit dem Schiff da hin. Dann habe ich einen Seekampf. Oder besonders eine Seeschlacht. Und die ist glaube ich einfacher zu schlagen, als direkt in den offenen Kampf mit ihr zu gehen. Jetzt kann ich hier problemlos mal auch das verbessern. Und das verbessern. Das Ritual möchte ich noch nicht. Und dann haben wir hier Katerpillar. Der bewegt sich hier hin. Lord Bastamond. Nehmt wieder Astronomie. Geht in Richtung Morathi. Warum greift er die nicht an? Die Armee kann in ihrer derzeitigen Siedlung nicht an. Dann warten wir einfach mal, was da noch so passiert. Ich würde ja gerne angreifen. Aber Seeschlachten sind doch so eine Sache. Da habe ich mich noch nicht wirklich groß mit befasst. Keine Ahnung, was da passiert hat. Dann werde ich wahrscheinlich einen Kampf gegen die Drucari ausrufen müssen. Nein, der Krieg ist ja jetzt schon erklärt. Aber dann auch wirklich einen offenen Kampf. Nicht nur eine Kriegserklärung. Man bleibt dabei. Sondern dann geht es los. Dann kriegen wir auf die Witze. Pilar hat die Eigenschaft Seebeine erhalten. Mehrere Runden auf See absolviert. Okay. Das hat Ornithar, der da auch mit fährt, auch bekommen. Und wir schauen mal, was wir noch so machen können. Hier könnte ich aufrüsten für Chameleons gegen Kräubkling und Kroxigore. Das ist natürlich an der Front sehr sinnvoll, da die Truppen ausrüsten zu können. Philipp Billings ist offensichtlich auch rausgekommen und unterwegs in Richtung der Dunkel-Elfen. Hier geht nichts. Hier geht auch gerade nichts. Dann gucke ich mal, was ich hier machen kann. Angriff. Okay, das ist Vertreibendem. So, die Schlachtaufstellung. So, dass ich ein bisschen stärker bin. Die Sonnenstandarte von Cortec habe ich dabei. Und ich lasse das Gefecht automatisch mal durchlaufen. Gucke mal, was dabei rauskommt. Ein knapper Sieg. Naja, aber immerhin ein Sieg. Ich möchte töten und fressen. Dadurch kann ich schon mal meine Einheiten wieder verstärken. Und Morathi ist futsch. Eigenschaften erhalten. Und dann kann ich nämlich auch hier mit den beiden Truppen anlanden und Sildra Thor angreifen. Als nächstes. Geht das jetzt noch? Nein, ich muss in meinem eigenen Gebiet anlanden. Was ja nicht so dramatisch ist. Gut. Das heißt, Morathi ist besiegt. Und Monit, das ist der Skinkpriester, der meinen Maslamundi begleitet, der hat einen Punkt bekommen. Der soll hinterher auch auf einen Theradon. Aber aktuell verstärken wir jetzt den Komet von Kassandora. Sehr schön. Und vielleicht hat... Ornitha. Och, schweres Wort. Hat auch einen Punkt bekommen. Auch veröffentlicht die Ordnung. Und wir beenden diese Runde nochmal kurz. Um dann in der nächsten Folge direkt einsteigen zu können mit einer Bewegung und nicht mit einem Ruhigbeende. Eine Runde. Wenn ihr Fragen habt, Infos, Ideen oder auch Taktiken, könnt ihr diese gerne unten in die Kommentarsektion reinschreiben. Dann haben wir es so, dass da auf der rechten Seite noch diverse Dinge eingeblendet werden. Eine Playlist zu allen Let's Plays und auch irgendwie ein maltischer Mittwoch-Video, wo das ja eigentlich alles herkommt. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal, bis wir uns hier entscheiden, was wir machen. Keep on Wargaming!